Hallo liebe Freunde, ich bin der Kiwi, der Hamster und heute habe ich ein neues Haus bekommen. Seht ihn an. Und ich gehe jetzt rein. Und ich war hier eigentlich noch viel drin, ich mache mich kurz sauber. Und was gibt es hier alles? Eine Leiter. Aber ich weiß nicht, ich gehe noch da. Oh, was ist das? Ist das ein Nettel? Gibt es etwas zu essen überhaupt hier? Ich gehe mal zurück, nein. Hallo, was habe ich denn da? Ich habe ihn noch nicht eingerichtet. Okay, ich richte ihn noch gleich ein. Fünf Minuten später. Oh, ich habe jetzt Hunger. Und da, wo ist das Essen? Oh, da drin ist es. Oh, ich liebe Suki. Lecker. Hallo Leute, ich bin Suki. Und ich habe einen neuen Freund namens Kiwi. Und den gehe ich heute besuchen in seinem neuen Haus. Los geht's. Wow, was ist denn das für ein cooles Schloss? Das ist ja riesig. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, ich bin einfach in einem neuen Schloss dran. Oh, mein Gott. Da ist mir da doch echt genau ein bisschen. Ein cool. Oh mein Gott, der ist so geil. Oh mein Gott. Was ist denn das für weiße Kugeln? Oh nein. Au, das ist ja kalt. Was ist denn das für ein großer Monster? Oh nein. Ich habe so Angst, ich hoffe, der frisst mich nicht. Schnell weg hier. Oh mein Gott. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Schon wieder so eine weiße Kugel, die voll kalt ist. Ah. Ich bin so kalt. Und da habe ich was, wo ich mich schützen kann. Schnell da rein. Ich bin so. Noch eine weiße Kugel. Und noch eine weiße Kugel. Oh nein, die sind so kalt. Oh nein. Hallo Zucki. Ich habe keine Angst von der Katze. Komm, wir reiten auf ihr. Oh mein Gott. Ich bin noch nie auf einer Katze geritten. Los geht's. Yay. Oh oh. Das war kurz. Aber nächstes Mal werde ich mich viel fester festhalten. Hahaha. Hahaha.